Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Novus, heute mit dem Isi. Halli, hallo. Guten Tag. Und wir berichten heute meinen Haus ein. Aka der Einrichter, ich habe Einrichtungen dabei. Genau, kommen Sie schnell, Sie haben eine Spinne am hinten dran. Au, au, au. Kennen Sie das schon? Herein? Ah, okay, hallo. Funktioniert. Das ist ja auf jeden Fall geil, so einer klingelt, herein, ah, okay, und kommt unser rein. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, ich muss reinkommen. Oh, Sie haben schon eine blaue Couch in der Hand, ausgezeichnet. Genau, tiefenblau wie das Meer, so wie Sie es sich gewünscht haben. Genau, aber Sekunde, hier ist das Esszimmer, Sie müssen nach hierhin gucken. Ja, genau, hier sollte doch die TV-Ecke hin, oder doch woanders? Nee, nee, pass, 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 pass. Warte, ich kann ja das hier mal wegtun. Oh, da ist ja er da drunter, wird ja in den Dreck dahin gemacht. Also das könnte jetzt ein Ansatz hier sein von der Couch. Ja, warte, ich hole mal eben ein bisschen Wut. Kann man noch näher natürlich an die Wand dran machen, je nachdem wie Sie wollen, wie freizügig, wie großflächig Sie das Ganze hier aufbauen wollen, ne? Ja, aber die Entfernung ist eigentlich schon mal ganz gut so. Nicht übel, ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kann man da natürlich noch eine Eck-Couch draus machen. Ähm, ist nur die Frage, wo die Ecke dann sein soll. Ah, da lasse ich Ihnen mal freie Hand. Ja, ja, okay, okay. Hm, ich würde die tatsächlich, also wir brauchen ja wirklich viel Platz hier. Oh, manchmal verwandeln sich übrigens die Sachen zu kleinen Creepern. Ah, das macht Sinn auf jeden Fall, kenne ich. Ja, genau, das ist in der Einrichtungsbranche einfach so. Ja, Sekunde, wir brauchen dann ja einen kleinen Fernseher, ne? Ja, den habe ich auch mit dabei. Ach so, den haben Sie auch schon, weil ich hatte jetzt an einen großen Breitbildmonitor gedacht. Wenn Sie so einen haben, dann können Sie natürlich auch Ihren nehmen, ja? Bleiben Ihnen natürlich auch einige Kosten erspart. Ausgezeichnet. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Vieh gebaut, aber egal. Ah, warte, Mabel bräuchte ich noch, Mabel. Einmal die Couch hier, theoretisch. So, Sie haben ja gesagt, keine vegane Einrichtung. Nee, nee, nicht unbedingt, genau. Dann hätten wir hier noch vielleicht ein Bärenfell. Zieh das hier mal rein. Geil. Nicht schlecht. Ne, also wenn das mal nicht schön ist. Hat jeder eigentlich auch zu Hause, ne? Wollen wir mal genau. Ja. Alter, ich mache aber jetzt nur so einen... Oh, ich glaube, ich mache den in eine Wand rein. Cool, was ist das denn? Das ist halt ein Fernseher, ne? Da können wir auch gleich Star Wars gucken, wenn ich das finde. Ah. Aber das kriege ich eigentlich in keinem Projekt hin, dass Star Wars drauf läuft. Aber es geht. So. Nice, der ist ja cool. Advanced Monitor. Ah ja. Gibt es sogar noch von einem anderen Modpack irgendwie so einen Fernseher, da läuft dann tatsächlich irgendwie so Kinderfilme drauf und so. Ach so. Oder diese, diese... Nein, Cat. Ach, den kenne ich. Warte mal, von Mr. Crayfish Furniture Mod. Ja, genau, genau. Das ist irgendwie, äh... Ja. Er ist irgendwie auch winzig, muss man sagen. Ja, genau, das sind... Finde ich irgendwie schade, dass es keinen riesigen Fernseher gibt. Und der wird auch nur aus Holz gemacht, wie ich gerade. Ich finde sowieso, das ist mal so ein bisschen hinterweltlich hier manchmal. So ein paar Sachen. Du machst voll das mega moderne Modpack und hast dann so einen Röhrenmonitor. Wollen Sie noch eine Mikrowelle? Ja, gerne, gerne. Ich habe hier jetzt mal nach außen gestellt. Hier kann man natürlich je nach Wahl... Auch... ...Anhatz, Anatz platzieren. Anatz. Hier hätten wir natürlich Platz für einen großen Kühlschrank. Ja, ausgezeichnet. Der geht natürlich jetzt hier vom Boden her ein bisschen mit aufs Holz, ja. Ja, da muss ich halt den Boden ein bisschen ziehen halt, oder? Ja, gerade die linke Seite hier, ne? Die tröpfelt schon mal so ein bisschen hier bei dem Eisfach, äh... Aber Holz ist halt ja nicht so schlimm, ist ja imprägniert auch. No. Guck mal, ich habe die Mane. Oh, da ist die Glatze. Da ist sie. Nicht schlecht, oder? Ändert die sich... Wenn ich das ändere, ändert sich das bei dir auch? Nee, ist mir gerade aufgefallen, nicht. Nee, voll krass, der andersrum auch nicht. Aber, aber wie gesagt, das ist ja nur so ein Holzfernseher, ne? Den wollen wir ja nicht. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, mir fällt gerade ein Esstisch, habe ich jetzt noch nicht dabei. Oh, der gute Esstisch. Ja, naja, das stimmt. Ähm, ich hätte hier noch einen Designerstuhl. Ich weiß ja nicht, wie viele Kollegen sie jetzt immer da haben. Ja, ich habe leider keine Kollegen. Ach, gar keine. Oh, oh. Na, dann wäre die Runde ja komplett. Oder man ersetzt den halt komplett durch den, wo ich jetzt gerade drauf sitze, ne? Müsste man sich dann halt überlegen, wie großzügig die da sein wollen. Aber der Bär, der gefällt mir ja wirklich super gut schon mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Der sieht auch sehr zufrieden aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, voll. Er hat Gelbsucht, aber ansonsten ist er topfit. Und deswegen den Augen. Ach, stimmt, wenn das... Ah, jetzt war... Okay. Aber das Ganze ist ja noch nicht gemütlich ohne Lampe. Was ist denn mit der Wand hier? Würde ich hier eine Lampe platzieren. Mit welcher Wand? Mit der hier? Hier. Da könnte man vielleicht über ein großes Bild nachdenken. Oder einen Kamin fände ich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich kenne keinen Kamin. Ich glaube, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich kenne keinen persönlich. Oder wir können ein Aquarium hinstellen. Oh, ein Aquarium. Das wäre schön. Da brauchen wir aber noch einen Tisch oder sowas, ne? Oder wir machen zweimal zwei. Ich bin da mal so frei und reiße ihn die Wand ab. So vielleicht. Ach, cool. Warte mal, dann sieht man das doch innen. Können wir den eins versetzen nach hier? Ja, klar. So. 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 Perfekt. Sieht auch direkt wohnlicher aus hier. Toll. Richtig schön. Muss ja auch nicht immer irgendwie nur Bildschirme sein. Kann auch mal so ein beruhigendes Aquarium sein. Bitte was? Ich habe gerade Hunger bekommen und da dachte ich, ich gebe ihn mal einen. Oh, nee, danke. Nee, danke. Das ist wirklich sehr nett. Sie sind aber sehr nahrhaft. Ja, das glaube ich. Oh, jetzt habe ich das Fleisch zu Hause vergessen. Das wollte ich noch mitbringen. Aber wo wir gerade beim Thema sind. Ach, ich habe gar keinen Tisch. Ich, ähm, wenn Sie gerade so hungrig sind, ich kann Ihnen gerne schon mal einen Spanferkel in die Küche stellen. Ja, gerne, gerne. Das braucht dann eh noch ein bisschen hier. Das muss noch ein bisschen trocknen. Ach, Spanferkel ist leider zu groß für die Küche. Da müssen wir ganz dringend, ähm. Wir können es so lange auf den Boden stellen. Wir können es so lange auf den Boden stellen. Oder ich stelle Ihnen schon mal die Würste in die Küche. Nein, es geht auch nicht. Oh, Mann. Ah, ich glaube, die müssen auf den Tisch. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Naja, vielleicht bleiben wir doch Veggie mit einem Karottenhaufen oder sowas. Kartoffelhaufen. Hier ist ein Kartoffelhaufen. Ah, ausgezeichnet. Also, wenn der mal nicht schön ist, hier noch Karotten. Dann können Sie auf jeden Fall ordentlich was Leckeres kochen. Guck mal, aber jetzt sieht es doch so aus, als ob wir hier kochen regelmäßig, oder? Voll. Oder gesund. Mega gut. Ja, ausgezeichnet. Und damit das Ganze jetzt doch nicht mehr vegan bleibt, vielleicht noch ein Serrano schenken. Nee, tatsächlich, Ihre Küche weigert sich gegen Fleisch. Ich kann alles platzieren, was nicht so gut ist. Fleisch ist. Der Fleisch ist meist auch immer größer, ne? Ja, also es geht tatsächlich, passt es eigentlich komplett drauf in der Größe, aber naja. Ich bin gerade noch mal kurz bei mir im Möbelhaus. Ja. Wir brauchen ja noch dringend einen Tisch. Was ist das denn? Stimmt, ich gucke mal, ob ich eine Diskette finde. Wir brauchen noch einen Tisch. Ich gucke mal, ob ich eine Diskette finde. Ja, ja, genau, stimmt. Dann natürlich schnell nach einer Diskette schauen. Och, Mann, ich habe die falschen Sachen geschaut. Ich dachte, ich hätte noch Star Wars gelaufen. Ich habe leider nur Goldrunner und NSH. NSH. Da bin ich aber immer sehr gespannt. Können wir uns ja gleich noch einen Film reinziehen. Nee, nee, läuft leider nicht. Läuft gar nichts. Nee, nee. Ich muss da mal den Computertechniker holen. Oh, ich habe gerade außer sehen 64 Tische gemacht. Aber ja, die kann ich hier leider glaube ich nicht abnehmen. So viele Räume habe ich dann auch nicht. Das war eigentlich nicht so gut. Ich muss sagen, Tische sind tatsächlich irgendwie nicht so richtig das Ware bei meinem Möbelhaus. Da bin ich nicht so der Spezialist für. Sind die so schön oder geben wir an ihren Kollegen ab? Oder man geht hier natürlich in die Richtung. So, integrierter Fernseher. Oh, warte mal. Ich habe noch ein paar Ideen für ein paar Regale. Dürfte ich am Fernseher ein paar Regale platzieren? Sehr gerne. Sie können sich da gerne mit einbringen. Jeder fühlt sich nur so wohl, wie er auch sich selber eingerichtet hat. Wie er sich halt wohl fühlt. Badezimmer hätten wir natürlich wie gesagt noch. Schlafzimmer auch. Ja, ja, ja. Das machen wir alles später. Ich komme erst mal nochmal wieder zurück. Aber ich habe gar kein Holz. Oh, soll ich Holz mitbringen? Na doch, jetzt warte. Ich hatte wohl noch nur nicht umgewandelt so, ne? Ah ja, okay, okay. Nee, warte, weil will ich ja gar nicht. Will das? Das ist natürlich schade, dass sie keinen Teleporter haben. Man muss dann immer hier über den Weg über Cars Crafter gehen. Warte, kann ich nicht einen bauen? Wie baut man die überhaupt? Die sind eigentlich relativ einfach. Also das ist eigentlich gar nicht so aufwendig, glaube ich. Ich weiß nur nicht, wie man die so programmiert und so, dass sie dann irgendwie auch nutzbar sind. Ah, okay. Für jeden. Aber das sollte ja alles machbar sein, ne? Hat der Kollege Cars Crafter ja auch irgendwie geschafft. Stimmt, stimmt, stimmt. So. Und wenn der Cars Crafter das schon schafft. Eben, man sieht ja auch. Er pimmelt ja im Grunde in Modpacks nur rum und macht so gut wie nie was. Ja, genau, genau. Ähm, die S-Ecke, ähm, tendenziell eher Glas oder Holz? Äh, eher Glas, würde ich jetzt schon sagen. Glas. Also so sähe der Tisch aus. Und wie sähe Holz aus? Nicht so schön. Na, ich glaube, dann nehmen wir Glas, oder? Obwohl, ist Geschmackssache. Der passt natürlich gut zum Boden, wobei der sich auch nicht vom Boden sehr abhebt, ne? Ja, eben, dann finde ich den nachher nicht mehr. Na, das fände ich auch nicht mehr. Ich muss sagen, ich finde alle nicht so richtig perfekt. Ah, ja, okay. Deswegen können Sie sich das gerne aussuchen. Ne, 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 nimm ruhig Glas. Glas ist... Glas. Oh. Das war ich nicht. Da ist irgendwas kaputt gegangen, glaube ich. Ach, der ganze Boden leuchtet auch. Ja, da sind manchmal Lampen drin. Ah ja, dann habe ich genauso eine Glowstone-App. Ach, genau, ich wollte einmal nach draußen gehen. Warte mal. Okay, okay. Mein Ausgang ist immer unten, äh, oben. Ist ein bisschen doof noch. Unten, da oben, äh. So, ich wollte hier einen Teleporter hinsetzen. Sekunde. Warum sind denn hier so viele Monster? Jetzt mal im Ernst. Ja, hier draußen ist auch irgendwie alles... Es sieht ja ein bisschen kahl aus hier, wenn man hier aus dem Esszimmer rausschaut, muss ich sagen. Ja, da muss noch einiges gemacht werden, glaube ich. Ähm, haben Sie eigentlich eine Waffe? Äh, nicht so richtig. Nur mein atomatisches Assembler. Ah, okay. Vielleicht habe ich da bald mal ein Angebot für Sie. Oh, das hört sich ganz gut an. Sie müssen sich natürlich auch noch überlegen, wie Sie das Ganze hier bezahlen, ne? Das ist ja nicht umsonst. Ach, jetzt auf einmal? Ja, also, ich, also, ich meine, ich weiß ja nicht, wie Sie sich das vorgestellt haben, aber... Oh, sonst gibt's... Oh, aus dem Spannfäckel wurde leider wie ein Creeper. Oh, ärgerlich. Ach, sowas aber auch. So, ich glaube, man kann jetzt auch zu mir teleportieren, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich das auch nicht so gut konfigurieren kann. Aber... Ach, hier ist eine Note drin. Lol. Warte mal. Libitor. Hallo. Hallo. Nein, warum? Oh Mann. Das war ich aber nicht. Aber Sie hätten auch aufpassen müssen. Ich bin gerade erst gekommen. Ah, okay. So. Au, hier ist eine Glasscheibe. Haben Sie versteckt? Ich dachte, da kann man durchlaufen. Haben Sie noch Erde mit? Zufälligerweise. Leider nicht, leider nicht. Mein Invertar ist komplett bis aufs letzte ausgereizt. Mir fehlen natürlich auch schon wieder Stühle. Oh, wir haben hier noch so eine Ecke. Oh Mann. Wie ist denn hiermit? Vielleicht so ein kleiner Campingtisch draußen? Ja, wenn Sie noch haben, stellen Sie ruhig mal hin. Hier so... Ich meine, woanders hinstellen kann man den ja immer noch nachher. Richtig, richtig. Oh. Haben Sie noch Erde? Leider nicht. Oh Mist, meine Säulen sind weggeflogen. Oh. Und ich wollte nur einen Teleporter setzen für Sie. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich habe meinem Teleporter gar nicht mit. Warte mal, Sekunde. Nice. Doch, ich wollte. Ich teste das mal. Doch, geht's. Man landet jetzt genau vor meinem Loch. Das hört sich gut an. Ja, dachte ich mir. Warte mal. Das ist nicht gut, dann hört er neu. Oh, ich sehe schon, der Tisch. Ja. Ah, da ist der Campingbereich. Oh. Hier wird dann der Campingbereich. Das habe ich jetzt gerade so beschlossen. Ja, ich gucke mir durch. Ah. Vielleicht kann man das auch nachher in den Wald davor versetzen. Güte was? So nachher, wenn man, wenn das Haus quasi fertig ist, dann kann man den Campingplatz hier vor, äh, so hier vorsetzen. Das ist alles machbar. Sehr gut. Und dann, warum sind hier so viele Tiere? Mir fehlt wieder eine Seite irgendwie hier. Das wäre ja nicht so geil. Warte, ich gucke mal vorbei und gucke mir das mal an. Ich muss den tatsächlich um einen verkürzen. Hier ist noch ein Stück Glas. Ah, schön. Nicht anfassen. Achtung, das piekst. Woher war das? Von meinem Haus, glaube ich. Ah, okay. Oder? Nee, stimmt gar nicht. War das von mir? Aber das war blau eingefärbt. Ja. Nee, von mir war es nicht. Ja. So, hier ist jetzt auf jeden Fall ein Campingtisch, ne? Ja, sehr gut. Kann man den auch dransetzen, effektiv? Hm, okay. Der ist nur zum Angucken. Der Campingtisch ist nur zum Angucken. Das hätten Sie sich aber auch denken können. Aber drinnen kann man den ja hinsetzen, ne? Zum Hinsetzen ist teurer. Und man kann den auch von drinnen angucken. Oh, hier sind jetzt die Regale. Genau, da kann man auch Sachen drin lagern, so. Oh. Nice. Cool. Ey! Cool. Warte. So, zack. Hä? Kriegst du den dann wieder raus, ja, ne? Ja, das war komisch. Man muss irgendwie shiften und dann muss man sich das so rausnehmen, ne? Au, auch nicht schlecht eigentlich. Ey, das ist aber echt cool. Da kann man ja alles mögliche dranhängen. Boah, so Waffen. Cool. Sie brauchen noch eine Spielkonsole, fällt mir gerade auf. Stimmt. Die Spielkonsole brauchen sie noch. So, aber erstmal die Teller. Haben sie ja eine gute Rüstung. Mega gut, mega gut. Ne, ich lass mal lieber. Okay. Aber ich hab halt einen Waffenhinder meines Vertrauens, den können ich mal an Sie vermitteln. Der hat mir diese wunderschöne Schrotflinte gegeben. Ja, okay. Ist ja durchschlagskräftig auf jeden Fall. Das hört sich gut an. So. Der Braten ist auf dem Tisch. Theoretisch könnte man essen, wenn Stühle da wären. Ah, okay. Ja, aber ist ja kein Ding. Dann hat man halt einen Stehkaffee erstmal. Ja, genau. Oh, schön, schön. Wie wär's mit einem Honigtopf? In die Ecke vielleicht, oder? So, hier. Ja, genau. Ja. Da gibt's dann Honig. Und was gehört zu Honig mehr dazu? Ein Löffel. Genau, mild. Warte mal. Ach, guck mal, hier hab ich den ganzen Kram eingesammelt. Nicht schlecht. Ja, ich werfe ein ganzes paar Sachen dahin. Aber merken Sie auch, dass es hier in dem Raum deutlich wärmer ist als in den anderen Räumen? Ja, woher kommt das? Durch die Klimatisierung. Und jetzt aber nicht mehr. Oh nein! Wie kommt das? Durch die Klimatisierung. Wolltst du das mittig machen, ne? Ja, ja. Können Sie gerne auch selber platzieren. Ich bin hier nur der Anfertiger. Oh, warte mal. Da liegt eine Tür. Oh. Hi. So, und, und. War die Tür von dir oder von Ihnen? Äh, nee. Nicht, dass ich wüsste. Dann ist sie irgendwo raus. Ah, ich seh schon, wo sie rausgefallen ist. Ist hier oben. Ach, gut, dass wir die noch gefunden haben, ey. Ja. So. Ah. Tee-Servie, Bierhumpen, Truthahnbraten, was will man mehr? Ausgezeichnet. Und für wie viele Leute ist der Tisch jetzt? Ja, das ist halt die Frage, ne? Je nachdem, wie viel halt draufsteht. Stimmt, kann man variieren, ne? Auf eine Art. Kann man dann immer variieren, ja. Nice, okay. Salz und Pfeffer darf natürlich in der Küche auch nicht fehlen. Ah, hier, okay. Dann haben wir hier noch ein Küchenfusse, was? Küchenfusse? Nee, das brauchen wir nicht. Das ist ein bisschen doppelt, finde ich. Das kann weg. Ich hätte noch so eine Shampoosflasche hier. Wenn man hier drunter Wasser platziert, dann wird das sogar funktionieren. Shampoos. Wo, wo, Wasser drunter? Ja, wenn hier unter den... Ach so, das hier, ja. Genau, aber das ist leider mein... Da kann man das füllen, ne? Ja, genau, aber das ist leider was anderes drunter, deswegen geht's leider nicht. Okay. Sonst hätte ich es natürlich gemacht. Oh, man kann sogar reingucken in den Kühlschrank. Ja? Pack ich erstmal ein paar Sachen rein. Stimmt, das ist eine Kiste. Nein, das ist ein Kühlschrank. Ach ja. Kiste sieht anders aus. Das ist richtig dumm. Falsch. Falsch. Oh, die haben Würste in der Küche. Da hängen Würste an der Wand. Da hängen Würste an der Wand. Nee, in der Luft. An der Luft drinnen, an der Wand drinnen. Können wir die noch drehen? Hä? Ich höre einen Zombie. Hallo? Oh! Da hängen Fische an der Decke. Ach, deswegen riecht das hier so. Ja. Ich wollte nichts sagen, aber sie haben komisch gerochen. Das waren da wohl die Fische. Kann man irgendwie nicht wirklich drehen, muss ich sagen. Oh, schade. Oh, man kann die aber hier an die Wand hängen. Ähm. Über die Spüle vielleicht. Ah ja, das geht. Perfekt. Und dann können wir die Fische. Die waren ja super. Oh, was ist das? Tote Kaninchen. Gut abgehangen. Stimmt, Kaninchen. Und Vögel. Am Rand sind Vögel. Warte mal. Ja, genau. Sie haben ganz schön viel Essen in der Küche. Am Rand sind Vögel. Stimmt, das sind auch noch, sind das echt Vögel, ja. Ja. Vor allen Dingen sind sie am Hals aufgehangen. Sehr schön. Vögel alle am Hals. Also wie man es auch in echt macht. Richtig schön. Was sind die Haltungen? Perfekt. Also wenn sie noch Blumen brauchen zufälligerweise. Als Bezahlung würde ich ihnen echt anbieten, dass ich sie an meinen Waffenhändler vermittel, da sie ja gerade aktuell eine Waffe brauchen. Haben sie vielleicht eventuell eine geringe Stückzahl an Emeralds? Oh, natürlich. Wie viel brauchen wir denn? Och, das sage ich mal je nach Belieben, wie es ihnen letztendlich dann gefällt von der Einrichtung her. Von der Einrichtung her, wie es ihnen dann gefällt. Du hast vergessen am Ende noch so zu sagen. So. Wie es denn dann gefällt so von der Einrichtung her? Ich gebe ihnen mal ein paar. Okay. Sekunde. Es ist aber wirklich nur so das, was ich entbehren kann. Ja. Ach du meine Güte. Ja, das sollte reichen. Guck mal. Die tanzen auf den Bären. Die tanzen auf den Bären, die Emeralds. Ei, ei, ei. So viel Platz habe ich leider gerade nicht im Inventar. Ich kann noch ein paar Würste wegwerfen und den Serrano schinken und ein paar Fäden. Ach guck mal, jetzt räumen wir hier auf. Okay. Jetzt geht es glaube ich langsam wieder. Ah, da war sogar ein Carboner Block bei. Nicht schlecht. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Was haben sie denn damit vor, wenn ich fragen darf? Eigentlich nichts. Ich habe nur keine. Und es gibt immer mal wieder die Situation, wo ich merke, ich brauche Emeralds. Ah, Emeralde. Genau. Ja, wir haben geringfügig einen kleinen Vorrat angelegt. Ja. Das sehe ich. Und mittlerweile nur noch 17.000 jetzt. Oh, ja, 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 ja. Ich wollte auch jetzt nicht zu viel abzwacken. Ja, wurde auch, oh, das ist ja super, super Idee gehabt jetzt. Aber reicht ein Tisch in der Ecke oder echt so über Eck? Naja, also den hier würde ich wegmachen vorm Fenster. Ja, 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 würde ich auch. Aber den anderen, den kann man lassen, der ist schön. Den kann man lassen, ne. Da hat man dann auch wieder Platz. Zum Beispiel so eine schöne... Vielleicht hier so ein Creeper oder sowas, oder? Eine Kerze zu platzieren. Naja, die sieht nicht ganz so schön aus neben der Pflanze. Ups. Hier, guck mal, pass auf. Oh, ich habe schon wieder abgerissen. Oh, Mann. Stell den nochmal auf Slow. Ja, normaler jetzt hier. Okay. Guck mal, wenn man den da hinhaben möchte, dann ist das ganz nice. Aber irgendwie sieht der komisch aus. Creeper? Ja. Das ist nicht mein schönstes Stück, kann man sagen. Wo ist denn jetzt die Kerze? Ist die bei Ihnen im Inventar? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, durchaus, durchaus. Oh, vielleicht... Ah, okay. Aber warte, wir haben mal, wer die Würstchen hier weg... Warum ist hier unten diese... Ja, okay. Ja, ich wollte einfach mal gucken, wie es sich so verhält. Nein, ist einfach eine Waffe da reingelegt. Dann haben wir hier noch eine gemütliche Kerze beim Aquarium in der Ecke. Stimmt. Damit die Fische das auch warm haben, die sich nicht bewegen. Warum bewegen die sich nicht? Die sind schon ein bisschen älter. Achso, okay, dann geht's. Aber das ist ein Cloudfisch hier, ne? Das ist Nemo. Echt? Gerade passend zum Filmstart von Findet Dori. Das wäre das so eine Werbung. So Findet Dori. Alles in der Videobeschreibung. Nein, Quatsch. Aber wo wir gerade über Videobeschreibung sind, wir sind am Ende angelangt. Also wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Guckt beim Easy vorbei. Der ist ganz unten in der Videobeschreibung. Nein, natürlich nicht. Irgendwo bei I ist er natürlich. Aber die Küche ist jetzt fertig und das Wohnzimmer ist fertig. Im Esszimmer fehlen halt noch Stühle. Ja, aber jetzt macht das Haus schon leblicher. Ein bisschen lebendiger auf jeden Fall. Macht das schon leblicher. Genau. Und eine Spielkonsole fehlt noch. Die liefern es aber nochmal nach, oder? Das liefere ich alles nochmal nach. Die Jungs kommen dann mit dem Laster. Ah, sehr gut. Alles klar. Gut, dann haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Macht's gut, Leute. Take this is it. Bis dann. Ciao.